Musik Moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Ausgabe von Wii Master Wieder mit Fabian und wieder ein bisschen PC-Kost Ich spiele eine Runde Chivalry Ein mittelalterliches Schnetzelspiel auf dem... äh ja... Da hab ich ihn erledigt Sehr schön Oh fuck Verschwinde, verschwinde Im Nack hab ich mit dem Bogen nicht so gut, ich könnte jetzt auf das Kurzschwert wechseln Ah nein, der hat mich Shit Übrigens spielt Paul noch mit, die Leute aus dem Benderhaus kennen ihn wahrscheinlich Er spielt auch auf dem gleichen Server und mal sehen, wie er sich gegen mich schlägt So, ich mach schon mal die Klasse jetzt hier Denk mal, hm... das Schild dazu Oder nehm ich hier Ich glaub ich nehm den Ritter Ja, wahrscheinlich mit dem Schwert, ja genau Schwert und Schwert, ich nehm den Ritter, der ist doch eigentlich ziemlich stark So, 10 Minuten dauert jetzt noch die Runde, äh ja, wer dann den meisten Punkt hat Der... gewinnt Das ist übrigens glaub ich ein türkischer Server, weil alle auf türkisch schreiben im Chat Wie auch immer die, äh ja, dazu kommen die ganze Zeit zu schreiben Während sie spielen Da hinten sind doch zwei Die hol ich mir doch hoffentlich Oh, der wurde ledig Zack Den habe ich von hinten Ah, das war Paul Nix ist Paul Wunderbar Zack Zack Also hier, den hast du vielleicht noch ein Kopf höher Zack Wundervoll Oh, das war ein kleiner Schlepper Ah, shit Ah, okay Ja, okay, dann habe ich ihn doch noch gerade, Paul Sorry Zack Metzl, Metzl, Gurgle, Gurgle Oh, wieder ne Echse Oh, ja, ja, ja Das ist immer noch immer so rum, also Au Shit Okay, dann wurde ich von hinten von Killer Lord erledigt Das ist natürlich ärgerlich Ah ja So Wo seid ihr meine Freunde? Den hol ich noch Der schwarze Ritter Au Shit Alles klar Shit, shit, shit Hm, okay Killer Ghost hat mich auch erledigt, ob die zusammen gehören Killer Lord und Killer Ghost Man weiß es nicht Sehr schön auf jeden Fall immer dieses Gewinsel von den sterbenden Leuten, also Sehr schön gemacht, sehr realitätsnah auf jeden Fall Die ist gegurgelt, wenn ihnen die Käse durchbrennt wird, also Die Freunde der gepflegten Schnetzelunterhaltung auf jeden Fall hier was dabei Wer so ein bisschen Ritterprikassee zubereiten möchte, ist hier richtig Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Ah, heute gibt's Geschnetzeltes Oh, mit dem Bogen, ah, daneben Den hol ich mir Wenn der mich nicht trifft Ah ja Okay, das war's Ich glaube nicht im Nahkampf Oh, ja Oh, ja Ich hab' wieder Pflichten her Von wegen Ja Da hab' ich noch Komm schon wieder hier Zack 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 Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel Ist das schon... Der Schwarze Ritter ist wieder da Ist das ein anderer als hier? Schwieriger hier Ah, shit Au Ups Gar nicht mehr so schlecht, gar nicht mehr so schlecht Kopeck Baskar hat mich erledigt Aber ich glaube ich bin sogar in der Rangliste ganz gut im Moment Oh, V hat eine erledigt, ja Sehr schön Ja, komm Den hol ich mir doch Oh, er war hier Ah, hier Zappelt aber auch rum Shit Huh Ich hab' einen Ottoman Empire Ja 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 Wer die Geschichte kennt Weiß, dass ich in den Boden nicht rein war Lange sind Zack Zack Ah Das war dann Sehr schön Puh Überall dieses Gehacke und Geschnetzel Man kriegt immer Angst, dass irgendwer hinter einem ist Deswegen drehe ich mich manchmal auch so ein bisschen Hektisch um Also im Schlachtfeld im Mittelalter Da musst du ja richtig Paranoia haben Dass die ganze Zeit von hinten oder irgendwo seitlich irgendwas Kommt und nicht zu schnetzeln Na komm hoch Trau dich Komm schon Jawoll Jawoll Und nach hinten kommt Ach, trau wieder Ja, sorry Wo hetzeln die und schnetzeln die sich denn da hinten Hm Kommt den Hügel hoch King of the Hill Zack Oh, okay Ah, der ist ja so gut zu Shit Ah, da hat er mich Da hat er mich Ärgerlich Wird denn gleich so aggressiv werden Aber ich führe Wunderbar Sehr schön Ja, ich führe sogar relativ deutlich Nach 3 Minuten 50 ungefähr Vielleicht schaff ich das Gar nicht schlecht, weil ich spiele das Spiel echt nicht oft Aber so zwischendurch mal um so ein bisschen Entspannen Nein Kickt mir zwischendurch Oh, lang auf die Sehr geil Kann man sich irgendwo neue Waffen Ah, shit Neue Waffen freispielen Ah, kass Da haben sie mich Themis Hm Ich muss schnell wieder rein Punkte sammeln Ich will sie nicht mal wirklich gewinnen Das wär doch mal schön Kea und Friedhof ist keine Außer unter der Erde Wo seid ihr denn? Ich komm Ich komm You have fucked You have fucked Ah, shit Jetzt kommen sie zu zweit hier Ich hab's nicht auf Wollen die mich an der Flur Also wirklich? Ich bin nicht zusammen, oder was? Also Das ist ja nur Unfallschämtheit Was fällt den ein? Na ja Oh, Ottoman Empire leg zu Ich glaube der könnte mir noch gefährlich werden Kommt auf den Hügel! Wo seid ihr denn? Jetzt find ich natürlich keinen, ich will Punkt, denn da hinten ist einer. Das sind zwei sogar, was machen die denn da unterhalten die sich? Wie zusammen oder wie? Es wird ja echt so, als würde ich da irgendwie... Ich meine, die schreiben ja auch auf Türkisch. Das kann natürlich sein, dass die jetzt wirklich, äh, mich zusammenstauchen wollen. Also, scheinbar. Die haben sich nicht angegriffen, das ist ja frech. Ah, trotzdem führe ich noch. Wirklich verbünden die sich hier auch noch gegen mich? Den werde ich es zeigen. Oh, den hole ich mich. Mit seinem kleinen Kurzschwert da, wie süß. Zack, komm her. Jetzt fühle ich mich schwer. Einen Kopf kürzer gemacht, den guten. Sorry. Noch ein bisschen Schnäppseln, die Gliedmaßen müssen entfernt werden. Damit er irgendwelche Operationen auf dem Schlag fällt. Das macht doch immer wieder Freude. Wo seid ihr denn? Da ist doch einer. Was stehst du denn da so rum? Was stehst du denn da so rum? Oh, was steckt denn, ne? Oh, shit. Das wird... Ah, das war knapp. Huch! Auf der links sieht man ja die Lebensanzeige. Ich habe fast gar nichts mehr. Oh, und bin in den Tod gestürzt. Scheiße. Aber noch flürig! Sehr schön. Lange kann es passieren. 55 Sekunden noch. Von dem Tod hier. Ja, wunderbar. Ja, bleib stehen. Bleib zurück stehen. Eieiei. Ah, kackler Ottoman entweder beide gestaubt. So, zwei Kills hinter mir, shit. Das wird ein bisschen knapp... Keinliche Tüte. Wo seid ihr? Oh, Kills. Wo kommen die beiden da? Die drei! Ah! Ja, geil! Einmal durchgeschnetzelt und beide mitgenommen. Das war sehr gut. Komm schon! Jawoll, den habe ich auch noch. Ich kriege den auch noch? Komm schon! Ah, shit. Die Waffe, die da hat, die hat mich auch noch geahnt. Komm schon, Kursor! Halt dich auf! Aber die Kills gerade könnten jetzt vielleicht reichen. Eine Sekunde noch. Mal schauen. Ich müsste ja eigentlich nicht gekonnt haben. Jawoll! Die Unterflute ist siegreich. Ist das ein Traum! Das ist doch wunderbar. Ja gut, mit diesem wunderbaren Erfolg beende ich dann auch die Episode. Paul ist nun mein dritter geworden. Nicht schlecht, Paul. Hat leider nicht ganz gereicht, aber... Der dritte Teil ist doch auch. Wir haben irgendwann aufs Treppchen geschafft. Naja, schaltet demnächst wieder ein. Bei remastered. Ciao! 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 Ciao!